Schneideraum. Natürlich schön. Nehmen Sie sich die Zeit bei uns, im Mittelpunkt zu stehen. Bei uns erleben Sie den Kurzurlaub vom Alltag. Ein Verwöhnerlebnis, nicht nur für Ihre Haare und Ihre Haut, sondern auch für Ihre Seele. Sie erhalten bei uns nicht nur eine Kopfmassage, sondern auch bei jeder Farbbehandlung eine Gratis-Handmassage, wobei wir Ihnen gerne einen Aveda-Tee reichen. Wir verwenden Aveda-Pflegeprodukte für Ihr Haar und Ihren Körper aus natürlichen Inhaltsstoffen. Sie sind die pflanzlich basierende Alternative zu anderen Pflegemarken. Ihre Wirkung ist unübertroffen. Aveda verbindet Schönheit, Natur und Wohlbefinden in einer einzigartigen Weise. Besser für Sie, besser für Ihr Haar und besser für die Umwelt. Den Menschen in seiner Gesamtheit zu betrachten, der Respekt vor der individuellen Persönlichkeit eines jeden, ist der Grundsatz unserer Arbeit. Mut und Leidenschaft zum Ungewöhnlichen, fundiertes Handwerk und viel Erfahrung sind der Ursprung und die Basis. Mit den Haaren zu arbeiten, Haare zu begreifen und Neues zu erschaffen, das ist unsere Aufgabe. Das behagliche Ambiente und die gemütliche Atmosphäre unseres Salons tragen dazu bei, dass Sie sich bei uns rundum wohlfühlen. In unseren Beratungen unterstützen wir Sie, sich mit Ihrer Frisur so zu präsentieren, dass Sie sich selbst gerecht werden und Ihr Image positiv unterstützt wird. Erst wenn Sie sich wohlfühlen, können Sie die verändernde Kraft Ihrer neuen Frisur mit einem Lächeln genießen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Schneideraum. Natürlich schön. Vielen Dank.